Taschentuch Taschentuch ist ein Tuch, das man in der Tasche hat. Aber im weiteren Sinne oder heute gebrauchten Sinne ist Taschentuch ein kleines Stück Stoff oder auch ein kleines Stück Papier, mit dem man insbesondere die Nase putzen kann. Da man Taschentücher gerne in der Tasche bei sich trägt, werden sie also als Taschentuch bezeichnet. Heutzutage werden sehr häufig Papiertaschentücher verwendet, die nach dem Gebrauch entsorgt werden. Früher waren üblich waschbare Stofftaschentücher. Es gab eine Weile eine große Auseinandersetzung. Sind Stofftaschentücher besser oder auch Papiertaschentücher? Man kann sagen, es spielt nicht die ganz große Rolle. Die Verfechter der Papiertaschentücher meinten oft, man würde sich immer wieder neu anstecken, wenn man das Taschentuch nicht anschließend wegwirft. Aber es hat sich gezeigt, Menschen, die Stofftaschentücher verwenden, sind nicht kranker als andere und stecken auch andere nicht mehr an. Taschentuch als Kulturphänomen. Vor uns im Westen ist ein Taschentuch etwas ganz Normales. Man trägt, man schnäuzt sich die Nase und anschließend wirft man es weg als Papiertaschentuch oder man nutzt es für eben, um es anschließend wieder in die Tasche zu tun. Taschentücher waren früher durchaus auch Luxusartikel. Im 15. und 16. Jahrhundert wurde das Taschentuch eher verwendet als Luxusartikel des Adels. Natürlich, die Bürgerlichen haben dann später das Taschentuch weiterentwickelt. Taschentücher wurden auch besonders schön angesehen und es gab sichtbare Taschentücher, reich verzierte Taschentücher. In anderen Kulturen sind Taschentücher gar nicht so populär. Zum Beispiel galt auch in früheren Zeiten das öffentliche Schnäuzen mit Taschentücher gar nicht allzu hilfreich. In Japan, Korea und Mexiko ist öffentliches Schnäuzen in ein Taschentuch ein Tabu. Man macht es nicht in der Öffentlichkeit. Dagegen gilt in diesen Regionen das Hochziehen des Schleims als Körperbeherrschung und darf ohne weiteres in der Öffentlichkeit erfolgen. Im Westen gilt oft das Hochziehen des Schleims als unanständig, während das Schnäuzen in ein Taschentuch als uneinständig. Und es gibt andere Länder in der Welt, dort würde beides als unanständig angelten und nur wenn man den Schleim auf den Boden ausschnäuzt, das gilt als etwas Gutes und als etwas gesellschaftlich Akzeptables. Wie man also mit dem Nasenschleim umgeht, das ist in unterschiedlichen Kulturen unterschiedlich. Und so ist es gut, sich dessen bewusst zu sein. Und wenn du in ein anderes Land fährst, dann erkundige dich, was ist eine angemessene Weise, mit Nasenschleim umzugehen? Schnäuzen an Taschentuch? Hochziehen? Oder, mindestens wenn man auf der Straße ist oder im Wald ist, ausschnäuzen direkt auf die Erde.